jetzt hallo leute zu einem neuen video von mir heute auf meinem kanal hier seid gegrüßt schönen nachmittag was ich mir allen gewünscht heute geht es um zwei neue getränke einmal pepsi mix vanilla ganz neues auf dem markt ohne zucker natürlich dann hier fanta worte fanta aber man weiß was drin ist ohne zucker sieht es aus so grün es steht hinten drauf mit apple geschmack exotik aber ich vermute mal so dass er drin sein wird aber wie gesagt so die eine gibt es hier die hier die fanta pepsi mix vanilla gibt es im netto zu kaufen für den preis und 59 cent ist ohne zucker hier sind die zutaten wer es lesen möchte ich mache es wie immer genau das steht alles in der beschriebene drin drauf geschrieben wie es ist so sieht die außen vorne hier ist die fanelle blüte zu sehen hier mit dem berühmten pepsi max zeichen kostet bei wieder netto 59 cent mit fand schmeckt sehr gut kann man nicht trinken gibt es jetzt seit heute zu kaufen also ganz neu jetzt kommen wir zu vorn einmal rüber das ist die fanta mit fragezeichen hier wie zu sehen ist hier auch eine zucker hier steht was schönes und zwar entdecke worte fanta das erste fahne geschmacksrätsel aller zeiten gleicher look verschiedene geschmacksrichtungen wirst du es schaffen hashtag worte fanta zu erraten hier steht auch drauf fahne mit gesundem geschmack das apfel dran apfel konzentrat apfelsaft auch ohne zucker sind total schön zu sehen hier was drin ist hier ist die telefonnummer anrufen kann wer möchte oder internetseite fanta.de ja kostet bei aldi 95 cent mit fand ist auch nicht so teuer ja habe ich auch getrunken korn schmeckt sehr gut schmeckt ein bisschen nach apfel nach verschiedenen ja exotischen früchten schmeckt das ein bisschen ananas und so weiter aber wissen nicht was drin ist das ist eben das geheimnis nicht auch wie erraten das ganze wer es trinkt ja wie gesagt beide fleischen gibt es sehr teuer zu kaufen ganz neu ja die eine ist grün wie man hier sieht schönes grün na jetzt ja genau die andere ist wie immer pepsi max hat eben so bräunig wie cool aussieht so ja ihr könnt gerne da oben machen und gerne kommentar schreiben und bitte meinen kanal abonnieren wenn ihr wollt das wäre euch lieb von euch kommentare immer gerne wünscht ja ich melde euch nächsten lang wieder da gab es ein neues video wieder von mir dann bis zum nächsten mal tschüssi ahoi allen euch gewünscht einen schönen tag